Ich hab nichts gegessen, hab mir wieder auf Arbeit was geholt heute, aber nix davon gegessen. Ja, keine Ahnung, Alter. Gerade die letzten zwei Tage ist komisch. Ja, war ja vorgestern auch. Ja, deswegen. Ich hab Hunger, Alter. Beiß dann einmal ab und dann ist es vorbei. Und dann schon wieder eher so ein blaues Gefühl im Magen, als wenn es schlecht wird. Ich bin mal gespannt, dass die GDT läuft. Alter. Ich fliege einen halben Meter über den Ball rüber. Alter. Warst du das oder der? Ja, ich war das. Okay. Weil ich wusste nicht, ob du jetzt da rankommst, weil der kam so scheiße mitgefahren. Lol. Der hat keine Ballkamera angehabt. Nein, hat er Mist gehabt. Aber der hat auch einen guten Ping. Ja. Naja, aber das hast du gleich gesehen. Erst reagiert, wo der bei neben ihm war. Wahrscheinlich gerade gewechselt oder so. Oder hast du wirklich geleckt bei ihm? Alter, aber jetzt gibt dir das mal, wie es bei uns ist mit dem 80er, 90er Ping. Und wie kann man mit einem 400er spielen? Das geht doch gar nicht. Der kann nur den Ball nur alle 10 Sekunden einmal sehen. Nooo, das ist voll. Habe ich dich eigentlich weggeschoben? Nein. Okay. Ich dachte, wir drückten oben weiter an der Wand entlang, aber das war fail. Ich denke, bin ich auch stehen geblieben, damit ich dich nicht irritiere. Alter, genau über mir. Alter, wie schnell der ist, man. Ne, brauche ich nicht mehr aus dem Tor raus. Jetzt machen wir uns am Low-Rank mal alle Ehre. Na, und vor. Willst du mich verarschen? Ja, weil der, irgendwie kam der Ball, ist direkt über mich gesprungen. Darin bin ich hinten. Schade, war zu viel. Alter, erst wo du deinen Torschuss hattest, habe ich meinen Torschuss bekommen. Also, wenn du mein Torschuss fährst, habe ich eine Karte gezogen. Hohohohohoho. Gut. 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 Alter, was ist das für ein Arsch? Wir fliegen. Und scheibt der Typ knapp, nur weil er in Richtung Tor gefahren ist? Scheiße. Alter, mich hat schon wieder so seitlich verspult gehabt. Alter, mein Outline! Alter, mein Auto hat so verspult. Dann wollte ich vorwärts springen, dann springt er hoch. Bin ganz leicht an der Ecke hängen geblieben, Alter. Übel. Alter, aber wie ich nicht auf den... Alter, save dir mal die letzten 10 Minuten. Ja, Alter, der Save war Hammer. Alter, der war scheiße, sorry. Ich hätte ihn gut bekommen. War nur fache, dass du da noch unter mir warst. Okay. Alter. Never. Alter! Alter, ich bin offenbar gelandet! Ja, weil ich ihn auch noch getroffen hab. Ich komm auch noch ganz recht. Ja, nein. Ich bin mit Boost extra noch so geflogen. Guck! Da! Ja! So! Ich hab extra Q-Tazit aufeinander! Ja, ich hab richtig gut gemacht. Ja, aber das war so richtig. Wie du doch mal wirst, was du nicht gezeigt hast, haben wir richtig gewonnen. Ja! Aber war ein gutes Spiel. Ja. War schön knapp. Das Tor hätte jetzt nicht mehr sein müssen. Weil jetzt ist wieder so ein komisches Ende Das speicher ich mir Du ein geiles Oh, Kiste hab ich bekommen Nach Spielerwahl Loll